Ich glaube, die Kamera ist schief. So, da sind wir auch schon wieder in der neuen, frischen November-Börsenwoche. Und diese Woche, was habe ich diese Woche für euch? Zum einen möchte ich euch ein bisschen was mehr zu unserem Newsroom in der App erzählen, wie der funktioniert, was ihr damit überhaupt anfangen könnt. Und dann haben wir am Ende auch noch den sehr vollen Quartalzahlenkalender. Von daher, lasst uns loslegen. So, wenn ihr dieses Video in der BugZero-App seht, dann wisst ihr eigentlich schon, wie ihr in den Newsroom kommt. Aber wir haben dieses Video auch auf anderen Plattformen und da wissen die Leute das vielleicht nicht. Deswegen erkläre ich das jetzt nochmal. Die Frage ist natürlich, wie finde ich den Newsroom überhaupt? Und das ist ganz einfach. In der App hast du unten die Tabs und der zweite von rechts. Das ist so ein kleines Dokumentformat. Und da klickst du drauf und da bist du schon in unserem Newsroom. Und da zeige ich dir jetzt mal, was es da eigentlich zu finden gibt. So, unser Newsroom. Ganz oben findest du deine News. Und dieser Newsfeed basiert auf den Unternehmen, denen du einerseits auf deiner Watchlist folgst und die auf der anderen Seite dann auch in deinem Portfolio zu finden sind. Wie du hier zum Beispiel sehen kannst, habe ich Pfizer und BioNTech da drin, weil die sind auf meiner Watchlist. Beziehungsweise ja, in Pfizer investiere ich auch. Das ist jetzt natürlich kein Investing-Tipp. Also, muss ich sagen, wegen Compliance. Aber deswegen erscheint das bei mir in meinem Newsroom unter, ja, meine News. Interessant ist natürlich auch, wenn du auf das kleine Mehrkästchen klickst, dann öffnet sich ein neues Fenster. Und dann findest du weitere News, die alle, ja, auf deinen Favoriten basieren, auf deiner Watchlist und wie ich es eben erklärt habe. So, weiter geht's. Wenn wir jetzt nämlich ein bisschen weiter runter scrollen, dann sieht das so aus. Denn direkt unter deine News kommt dann das Magazin. So, und das Magazin, das sind Artikel, Analysen und Nachrichten, die wir schreiben. Also, ich zum Beispiel schreibe die, aber auch ganz viele andere Leute aus meinem Team. Und da gucken wir zum einen darauf, was in der nächsten Börsewoche so passiert. Wir schauen ein bisschen, ja, gehen ein bisschen zurück und gucken grundsätzlich auf verschiedene Sektoren. Aber wie ihr hier sehen könnt, gucken wir auch zum Beispiel, mit was investiert ihr eigentlich und handelt so im Oktober zum Beispiel. Und was sind da so eure Top-Aktien? Das findet ihr also alles unter dem Magazin. So, und wenn wir dann noch ein bisschen weiter runter scrollen, dann kommen wir zum sogenannten News-Ticker. In dem News-Ticker laufen allgemeine News ein zu allen Unternehmen, die wir in der App haben. In dem Feed hier findest du zum Beispiel Artikel von Wallstreet Online oder Investing.com. Und wie du auch hier sehen kannst, das sind einfach die Ticker-Kürzel zu dem Unternehmen. Und da kannst du auch direkt gucken, okay, welches Unternehmen betrifft das jetzt eigentlich. So, und diesen schönen News-Room, den haben wir für euch in die App gestellt, ja, weil es einfach wichtig ist, informiert zu bleiben über die Unternehmen und Aktien, die dich interessieren und in die du investierst. Das ist einfach wichtig und deswegen gibt es das bei uns alles direkt in der App. Sehr praktisch. So, und dann wollen wir uns mal angucken, was denn quartalszahlenmäßig in der kommenden Woche los ist. Am Montag haben wir zum Beispiel aus Deutschland Henkel für euch. Dann gibt es noch die Zahlen von PayPal und von Tencent Music Entertainment. Der Dienstag geht auf Pharma-Werte, sprich, wir haben die Zahlen von Bayer. Dann gibt es noch BioNTech, Palantir, Cisco und ein bisschen Cannabis haben wir auch noch drin, nämlich Aurora Cannabis. Der Mittwoch startet mit Zahlen vom großen deutschen Versicherungsriesen Allianz. Adidas ist auch mit dabei, sehr interessant. Und dann haben wir noch Infineon und aus den USA Walt Disney. Am Donnerstag gibt es noch die Zahlen von RWE, Siemens und Merck. Und den Freitag schließen wir dann mit der Deutschen Telekom, Deutsche Wohnen und dem nächsten Pharmakonzern AstraZeneca. So, wie man sehen kann, eine recht pharma-lastige Woche. Von daher, ja, der Übergang ist jetzt perfekt. Bleibt gesund, habt eine gute Investmentwoche und wir sehen uns nächste Woche. Tschüssi. 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 Vielen Dank.